Wir fahren heute einen 2-Kilometer-Wettkampftest. Das ist der härteste Test, den man sich so vorstellen kann. Man geht an die absoluten körperlichen Grenzen. Es wird anstrengender, als wenn man gesund fährt. Es kribbelt schon den ganzen Morgen im Körper. Man hat Respekt davor, was gleich passiert. Die sind viel danach. Es kommt nicht selten vor, dass die Eimer ganz schnell gebraucht werden. Wenn man an seine Grenzen gegangen ist, kommt das Frühstück danach wieder hoch. Ein bisschen Nervösität ist immer dabei. Aber das ist eher die Angst vor den Schmerzen, die, glaube ich, jeder hat. Ich muss unter 6 Minuten bleiben gleich. Jetzt ist so ein Moment, wo man ganz tief in den Körper reinhört. Jedes bisschen Kratzen im Hals merkt man gleich exponentiell doller. Man ist so die ganze Zeit am Gucken, fühlst du dich gut? Ist alles okay? Mal gucken. Spaß macht was anderes. Ich gehe auch davon aus, dass heute leider schon der ein oder andere Traum vielleicht im Kopf so platzen wird. Die Selektion hat begonnen, klar. Drei-Säulen-Prinzip. Eins davon ist physiologische Leistungsfähigkeit. Die werden wir heute überprüfen. Von daher hat die Selektion begonnen, ja. Fertig. Attention. Go! Go! Ump! Ja. Ja, ja, ja! Du, 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 du! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja. Na, 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 Na! Ja, das ist doch gut. Ja, aber erstmal in Ordnung der Test. Wir haben sehr gute Ergebnisse dabei. Zum Teil natürlich auch. Die Fahrwerte, die Sportler nicht mehr zufrieden sind. Aber das war jetzt der erste Schritt. Wir haben noch einige Schritte vor uns. Ich hoffe, dass sich das Mosaikbildchen, Mosaikstein für Mosaikstein findet und man irgendwann das Gesamtbild erkennen kann. Gutes Rennen. Aber der Mythos bleibt bestehen für mich. Die 45. Die 45 wird einfach nicht stehen am Ende. 46,1. Das ist halt wieder besser eingestellt. Wirklich gutes Ergebnis. Aber ich habe halt so ein bisschen gehofft, dass die Zeit nur umspringt. Aber ist okay. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin sehr zufrieden damit.